Ja Leute, Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, ihr wart vielleicht selber beteiligt, ich will es zumindest hoffen. Aber die EU-Wahl ist geschlagen, das Volk hat sich entschieden. Wir wollen alle gemeinsam das große Comeback des Verbrenners. Das ist zumindest das, was uns die Medien in dieser Woche suggerieren. Das ist das, was die Medien aus der EU-Wahl, aus dem Ergebnis der EU-Wahl ableiten. Und ich glaube, das ist auch das, was zum Beispiel die CDU derzeit in jede Kamera trellert, die man in Berlin gerade so auf der Straße finden kann. Ganz egal, ich habe manchmal das Gefühl, ob es eine Influencer-Kamera ist oder die Kamera eines Nachrichtensenders. Die CDU strengt sich gerade sehr aktiv an, diese Botschaft eben nach außen zu tragen. Nach dem Motto, hey liebes Wahlvolk, wir haben es verstanden, wir haben euch gehört. Wir setzen uns jetzt auf EU-Ebene dafür ein, dass das Verbrennerverbot zurückgenommen wird. Ich frage mich jetzt als allererstes, wie kann man etwas zurücknehmen, was eigentlich nie existiert hat? Denn wir wissen ja, dass es eigentlich gar kein Verbrennerverbot gibt. Das ist ja nur wieder ein künstlich kreiertes Wort aus der Medien- und Politikwelt, um die Leute von anderen Dingen abzulenken. Aber das sind Kleinigkeiten, über die möchte ich heute gar nicht sprechen. Auch nicht über den Fakt, dass dieses sogenannte Verbrennerverbot, was Friedrich Merz jetzt abschaffen möchte, ja eigentlich von seiner Parteikollegin Ursula von der Leyen angeleiert wurde. Also man stellt sich jetzt als großen Retter der Bevölkerung dar, um ein Gesetz zurückzunehmen oder eine Verordnung, ein Gesetzespaket, das man selber eigentlich in dieser Form auf den Weg gebracht hat und wofür man selber auch damals unter Angela Merkel noch die Weichen gestellt hat. Aber was interessiert mich als Politiker, mein Geschwätz von gestern, heute ist interessant, es ist wichtig, was das Wahlvolk heute von mir denkt. Und leider merkt ein großer Teil des Wahlvolks mal wieder nicht, dass es auch jetzt wieder von vorne bis hinten belogen und beschissen wird. Und wieso das so ist, das möchte ich euch im heutigen Video erklären. Damit ich aber auch jeden abholen kann, müssen wir uns einfach mal auf die Fakten konzentrieren und nicht auf das, was immer in den Medien behauptet oder geschrieben wird oder in diversen Foren. Es ist momentan gesetzlich festgelegt, ab 2035 dürfen in der EU keine Fahrzeuge mehr zugelassen werden, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, wie Benzin oder Diesel. Eine Ausnahme von dieser Regelung soll es nach aktuellem Stand 2035 nur für Fahrzeuge geben, die mit sogenannten E-Fuels betrieben werden. Und dazu möchte die EU eine neue Fahrzeugklasse schaffen. Ganz wichtig für diejenigen, die jetzt einen Verbrenner fahren, es ist nicht so, dass euer Verbrenner dann abgestellt werden muss. Es werden auch weiterhin Ersatzteile für Verbrenner produziert werden dürfen. Ersatzteile bleiben also weiterhin verfügbar. Und Gebrauchtfahrzeuge sind von der ganzen Thematik also auch nicht betroffen. Es geht hier so rein um neu produzierte und neu zugelassene Fahrzeuge. Zusammengefasst wird diese ganze Regelung in einem Gesetzespaket, was in der EU unter dem Programm FIT für 55 läuft. Und dort sind auch Flottenziele für die Automobilhersteller angegeben. Denn jedes Auto produziert ja aktuell Emissionen und die müssen natürlich auch langfristig runter. Die Flottenziele sehen aktuell so aus, dass ab dem Jahr 2025, das wäre zum Beispiel nächstes Jahr, die Emissionen aus dem Pkw-Bereich um 15% reduziert werden müssen. Die nächste Stufe wird dann zwischen 2030 und 2034 gezündet. Dann müssen über 55% der CO2-Emissionen reduziert werden. Und ab 2035 würde das dann 0% bedeuten. Dann möchte man quasi CO2-neutral sein. Interessant ist jetzt, dass bereits die Überprüfung der Maßnahmen ja aktuell jetzt schon im Gesetz festgeschrieben ist. Denn im Gesetzespaket ist bereits jetzt zu lesen, dass die EU 2026 quasi nochmals eine Wirksamkeitsüberprüfung der bisherigen Maßnahmen durchführen wird. Und das ist so ein Punkt, den ich jetzt zum Beispiel als allererstes kritisiere. Die Politik stellt sich jetzt vielerorts hin und suggeriert dem Bürger, hey, wir kämpfen jetzt für dich. Wir sorgen dafür, dass das Ganze nochmal zurückgenommen wird. Und wahrscheinlich stellt man sich 2026 dann hin und tut so, als wenn diese Überprüfung jetzt stattfindet, weil man sich jetzt als CDU zum Beispiel dafür eingesetzt hat, dass die Belange oder Interessen der Bürger eben berücksichtigt werden. Dabei steht das schon heute im Gesetz und das kann eigentlich auch jeder nachlesen. Und leider scheinen das viele eben absolut zu ignorieren. Diese Klima- und Flottenziele machen am Ende des Tages natürlich nur dann Sinn, wenn es auch Sanktionen gibt für den Fall, dass ein Konzern diese Ziele eben nicht einhält. Und natürlich hat die EU sich da was Gemeines ausgedacht, denn die Hersteller müssen laut FIT für 55-Programm eben entsprechende Strafzahlungen an die EU leisten. Und die UBS Bank hat das mal am Beispiel von VW ausgerechnet. Bei VW würde das bedeuten, auf Basis der aktuellen Entwicklungs- und Verkaufszahlen, wenn sich da nicht groß was ändert, würden die Strafzahlungen für das Jahr 2025 allein bei 4,3 Milliarden Euro liegen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass auch ein Konzern wie VW das nicht jedes Jahr quasi an die EU abdrücken wird oder abdrücken kann. Und von daher gibt es für VW nur die Möglichkeit, die CO2-Emissionen in der Flotte zu reduzieren. Letztendlich geht nichts daran vorbei, dass VW gezwungen sein wird, auch in den nächsten Jahren, die Absatzzahlen von Elektroautos zu erhöhen. Und konkret hat die UBS Bank da ausgerechnet, dass VW jährlich mindestens 770.000 Elektroautos verkaufen müsste, um allein die Ziele für 2025 einzuhalten. Das ist ja auch genau der Weg, den der Chef der Pkw-Sparte von VW sieht. Denn auch er hat ja letztens erst in einem Interview gesagt, die Zukunft für VW liegt ganz klar in der E-Mobilität. Unabhängig davon, ob die Politik jetzt entscheidet, wir nehmen irgendein Verbrennerverbot zurück oder wir erlauben den weiteren Verkauf von Verbrennern, ändert es nichts daran, dass die europäischen Hersteller schon lange ihre Entscheidung getroffen haben. Hier sind schon Milliarden investiert. Bleiben wir mal bei VW und schauen, was VW in den nächsten Jahren noch plant. Ich meine, da fließen ja Milliarden in die Entwicklung von Batterierecycling-Unternehmen. Da fließen Milliarden in die Entwicklung von neuen Batterien. Milliarden in die Entwicklung von Elektroautos. Dann möchte VW auf den Markt der Heimladestationen, sprich Wallboxen mit intelligenter Steuerung. Auch da suchen sie Partner und investieren kräftig, weil sie auch da ein entsprechendes Marktpotenzial sehen. Das heißt, die Hersteller selbst werden an der Transformation, sage ich jetzt mal, auch wenn mir das Wort persönlich nicht gefällt, nichts ändern, weil der Weg für die Hersteller auch durch die Investitionen einfach langfristig vorgegeben ist. Es ist ja nicht so, dass man ein Automobilkonzern von heute auf morgen ein- und ausschalten kann, wie es der Politik gerade passt. Hier werden ja Investitionen für Jahre oder Jahrzehnte geplant und das wird letztendlich auch durchgezogen. VW sagt ja jetzt nicht plötzlich, naja, die 70 Milliarden, die wir jetzt geplant haben in irgendein neues Werk, die schreiben wir jetzt mal ab, weil, naja, keiner hat Bock auf Elektroautos. Das wird einfach nicht passieren. Leider ist es in unserer heutigen Gesellschaft ja auch so, dass Menschen, die im Internet unterwegs sind, aber nicht nur im Internet, dass viele Menschen einfach nur in den Nachrichten, in den Zeitungen nur die Headlines lesen und sich auch sehr schnell von polemischen Äußerungen oder polarisierenden Äußerungen verleiten lassen. Und grundsätzlich daraus falsche Schlussfolgerungen ziehen, beziehungsweise in der Regel Schlussfolgerungen ziehen, die ihrem eigenen Weltbild entsprechen. Also wenn ich ein absoluter E-Auto-Gegner bin, dann werde ich aus der Aussage, wir nehmen das Verbrennerverkaufsverbot und das Verbrenner aus zurück, natürlich jetzt ableiten für mich selbst. Es wird alles wieder so wie früher. Der große E-Auto-Spuk ist vorbei. Wir fahren weiterhin Verbrenner und die Automobilindustrie wird mich auch die nächsten 20 Jahre mit neuen, tollen Verbrennungsmotoren versorgen. Schaut man sich aber die Materie mal tiefer an oder schaut man mal genauer, worum es bei dieser ganzen Diskussion eigentlich geht, dann wird man sehr schnell feststellen, dass in der ganzen Diskussion nie davon gesprochen wird, diese CO2-Flottenziele zurückzunehmen. Also es geht rein um die Frage, darf man nach 2035 noch Fahrzeuge zulassen, die einen Verbrennungsmotor haben. Niemand in irgendeiner konservativen Partei spricht davon, die EU-Flottenziele zurückzunehmen, sprich, dass die CO2-Ausstoßzahlen der Automobilkonzerne eben geringer werden. Das allein wird ja schon dafür sorgen, dass eine Rücknahme des Verbrennerverbots am Ende des Tages nicht dazu führen wird, dass wir plötzlich wieder mehr Verbrenner auf den Straßen sehen. Wenn sich die EU also 2026 nochmal zusammensetzt und über die aktuellen Fortschritte beim Thema Klimaschutz und Verbrenner auszudiskutieren, dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man beschließt, die Zulassungsfähigkeit der Fahrzeuge nicht nur davon abhängig zu machen, was diese Fahrzeuge im Betrieb ausstoßen an CO2, sondern dass man die Gesamtbilanz der Fahrzeuge berücksichtigt. Und das führt natürlich dazu, dass die Batterieproduktion bei Elektroautos sich erstmal grundsätzlich negativer auswirkt als bisher. Sehr wahrscheinlich wird man im Umkehrschluss sich dann in der EU darauf einigen, dass man Verbrenner unter gewissen Auflagen, möchte ich sie mal nennen, weiterhin zulassen kann. Und diese Auflagen könnten zum Beispiel sein, dass Verbrenner rein mit E-Fuels betrieben werden, dass Verbrenner zum Beispiel mit Ökodiesel und diesem HV100, ich kenne mich da gerade nicht so aus, betrieben werden. Also dass es irgendwelche Auflagen oder Möglichkeiten gibt, einen Verbrennungsmotor weiterhin zuzulassen, wenn er quasi dann im Betrieb weniger CO2 ausstößt. Das heißt aber im Umkehrschluss natürlich nicht, dass VW oder Mercedes oder BMW sich jetzt hinsetzen wird und jubeln wird und sagen, hey, wir werden uns jetzt wieder hinsetzen und unsere Ingenieure da reinsetzen, super effiziente, super saubere Verbrennungsmotoren zu entwickeln. Nein, es geht rein letztendlich um die Tatsache, das Volk, die Diskussion im Volk zu beruhigen und die Möglichkeit, dass die Parteien sich dann hinstellen können und können sagen, hey, wir haben euch versprochen, wir nehmen das aus des Verbrenners zurück. Ihr habt also auch nach 2035 die Möglichkeit, eure Verbrenner zuzulassen. In der Realität wird sich dann aber trotzdem nichts ändern, weil weiterhin die CO2-Ziele gültig sind und auch weiterhin von den Konzernen eingehalten werden müssen. Das heißt, es liegt dann ja auch weiterhin im Interesse der Konzerne, diese Strafzahlungen zu vermeiden. Und ein Konzern, der seine Zukunft in der Elektromobilität sieht, beziehungsweise schon Milliarden dahin investiert hat, wird diese Investitionen jetzt nicht stoppen und versuchen, seine CO2-Vorgaben durch die Entwicklung neuer Verbrennungsmotoren zu reduzieren. Ganz im Gegenteil. Nissan hat diese Woche erst groß verkündet, dass Nissan keine Ingenieursleistung und kein Geld mehr in die Entwicklung neuer Verbrennungsmotoren stecken wird und auch kein Geld mehr in die Entwicklung neuer Antriebsstränge für Verbrennungsmotoren stecken wird, weil auch Nissan ganz klar die Zukunft in der Elektromobilität sieht. Wenn die EU allerdings die Gesamtbilanz der Fahrzeuge für die Neuzulassung zugrunde liegt, wäre für mich wirklich mal interessant zu sehen, ob man auch den Schritt geht und sagt, ja, ein Elektroauto ist nur dann als CO2-neutral im Betrieb zu bewerten, wenn es ausschließlich mit erneuerbaren Energien geladen wird. Denn sind wir mal ehrlich, um das Bestmögliche für die Umwelt herauszuholen, bräuchte man die Kombination Elektroauto, Solar und Atomenergie. Atomenergie. Atomenergie haben wir nicht und das ist das große Problem bzw. das ist letztendlich ja auch das, was dem Elektroauto die CO2-Bilanz neben den Batterien versaut. Von daher müsste man, wenn man ehrlich ist, ganz klar sagen, wenn wir die Gesamtbilanz berücksichtigen, dann muss auch irgendwie berücksichtigt werden, wie die Elektroautos betrieben werden. Und wenn wir eben einen Energiemix haben, muss das letztendlich auch sich irgendwie in der CO2-Zahl niederschlagen. und da muss man dann auch mit fairen Mitteln spielen, ist zumindest meine Meinung. Also wie gesagt, wenn es nach mir ginge, ich lade mein Elektroauto eigentlich ausschließlich mit erneuerbaren Energien. Ich bin da ganz safe, weil wir haben hier bei uns in Tirol fast ausschließlich Wasserkraft und den Rest lade ich hier zu Hause per PV. Aber für jemanden, der sein Elektroauto natürlich mit Strom aus dem Kohlekraftwerk beladen muss, sage ich mal, das ist natürlich auch nicht ganz sauber, sage ich auch im wahrsten Sinne des Wortes. Und von daher bin ich wirklich gespannt, ob die EU da den Mut hat, auch diesen Schritt zu gehen, das fair und ehrlich einzuberechnen. Ich kritisiere an der jetzigen Diskussion aber ganz ehrlich, dass die Politik hier vorsätzlich, ich würde schon fast sagen, lügt, beziehungsweise der Bevölkerung suggeriert, dass mit der Rücknahme des Verbrenner aus alles wieder so wird wie früher. Also meiner Meinung nach wird sich da gar nichts ändern, weil eben auch diese Flottenziele weiterhin aktiv bleiben und auch weiterhin in Gesetzestexte gegossen sind und auch nicht so einfach geändert werden können. Selbst auf EU-Ebene nicht und selbst mit einer Mehrheit im Parlament ist das nicht so ohne weiteres möglich. Und das ist so ein Punkt, den man meiner Meinung nach auch vorsätzlich in der Öffentlichkeit, in öffentlichen Diskussionen einfach verschweigt. Für mich ist das Ganze momentan eine riesen Nebelkerze, wo einige Parteien jetzt versuchen, eben die Stimmung, die in Deutschland grundsätzlich, was das E-Auto angeht, ehrlicherweise schlecht ist, aufzugreifen, um so eben anderen Parteien Wählerstimmen abzufischen oder was auch immer. Also die allermeisten Politiker da draußen wissen sehr genau, dass dieses Verbrenner aus sie eigentlich unter dem Strich nichts kostet. Sie werden sich 2026 wieder vor die Kamera stellen können und sagen, wir haben unser Wahlversprechen erfüllt, wir haben das Verbrenner ausgekippt, es können weiterhin Verbrenner zugelassen werden unter den, den und den, den Voraussetzungen. Und am Ende des Tages wird sich dann aber nichts ändern, denn auch die Elektromobilität wird weiter wachsen und der Anteil der Verbrennerfahrzeuge wird naturgemäß trotzdem weiterhin abnehmen. Das ist zumindest meine ganz persönliche Sichtweise auf die aktuelle Diskussion rund um die Rücknahme des Verbrenner aus. Aber ihr könnt mir eure Meinung ja mal gerne unten in die Kommentare schreiben und abonniert natürlich auch gerne den Kanal, wenn euch diese Art von Content gefällt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Ciao!